Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich Willkommen zu Harry Potter und der Steiner Weißen, zu Part 22. Jetzt probieren wir es nochmal und ich hoffe, dass wir es jetzt hinkriegen. Aber wir müssen es ja irgendwann mal schaffen, klar, aber... Wir haben es mit dem Scheiß... Ding hier auch hinbekommen mit dem Scheiß-Schlüssel. Oder wird man das jetzt auch hinbekommen nochmal wieder? Wird man auch das hinkriegen. So. Und so. Das machen wir alles nicht. Wir schwingen einfach mal um den Scheiß-Schlüssel. Wir schwingen einfach mal um den Scheiß-Schlüssel. Brauchen wir nicht schon wieder, weil wir es schon hatten. Und so unten, hier nicht. So. So. Probieren wir den Scheiß jetzt nochmal alles komplett. Und dann... So. Lumos! Lumos! So. Töte den Jungen! Lumos! Lumos! Okay. Zu langsam, Potter! Das ist aber nicht. Lumos! 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 Töte ihn! Lumos! Pack ihn! Ah! So, wie war das jetzt? So, wie war das jetzt? So, wie war das jetzt? So. 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 Tötet den Jungen! Tötet ihn! Zu langsam, Potter! Tötet den Jungen! Ach, Mann! LUMAS! Pack ihn! LUMAS! So. 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 Zu langsam, Potter! LUMAS! Zu langsam, Potter! LUMAS! So. 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 So, das war's. Ah, hat geklappt, gut. Der Trick von der Steffi hat gut geklappt, finde ich. Vielleicht ich gerade nicht viel geredet habe, aber der Trick... Er lügt. Lass mich zu ihm sprechen. Meister, ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft. Dafür... Harry Potter. So sehen wir uns wieder. Voldemort. Ja. Siehst du, was aus mir geworden ist? Siehst du, was ich tun muss, um zu überleben? Ich lebe von anderen. Ein kleiner Parasit. Einhornblut stärkt mich. Aber es gibt mir keinen eigenen Körper. Doch es gibt etwas, das mir zu meinem eigenen Körper verhelfen kann. Etwas, das sich in deiner Tasche befindet. Halt ihn auf! So. Seid vorsichtig, Meister. Der Spiegel schützt ihn. Ben. Der Spiegel wirft eure Kraft auf euch zurück, Meister! Den Kampfböcker schaffen wir auch noch. Ohne Witz! Der Steffi hat echt gut geklappt, wie der Säule. Der war wirklich gut. Danke dir. Den Typ habe ich mir gut gemerkt. Den habe ich mir echt gut nachgemacht. Danke für den Tipp. Wingardium Leviosa! Ja. Mann, Harry. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Du wirst dasselbe Schicksal wie deine Eltern erleiden! Oh Mann! Egal, kriegen wir schon hin. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Das ist das selbe Schicksal wie deine Eltern erleiden! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Ah ne, hab ich zu spät gemacht, Alter. Oh Gott. Ich laute auf meine hoffentliche Trüpperei, aber egal, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Keine Angst, Leute. Das packen wir und schaffen wir schon. Ja, und er hat so erwischt dadurch. Die Sonne und ihn hab ich erwischt. Perfekt. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich verpasst, was der da macht. Oh, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Keine Angst. Ah, schweiß. Was ist denn? Egal, egal. Wir kriegen ihn schon. Keine Angst. Oh, Mann. Wenn der jetzt... Das Ding ist halt schon scheiße. Ich weiß. Das hat er ja auch schon gesagt. Vorsicht, Meister. Aber dafür nochmal erwischt. Aber dafür hab ich ihn nochmal. Dafür hab ich ihn jetzt nochmal mit der volle Wucht erwischt, hier diesen Depp. Ich weiß, dass du... Ich weiß, dass du... egal egal muss halt mehr auch ausweichen mit sowas egal kein problem passt die war aber wie kein dummkopf was ich scheiße dann für das echt nicht ziehen richtig mit dem teil wirst du das ist das was ich meine hat sich richtig ziehen mit dem scheiß und nicht weißt wo der perna nicht die steht ja und das war dabei in der jahre auf ich hab's letztendlich gesehen durch das lagen hier gerade egal wir kriegen ihn schon wieder wir kriegen wir keine angst komm schon bleib doch mal stehen warum bewegst du dich auch Ich hätte dich jetzt kackt... Jetzt. Noch einen Treffer brauche ich, dann habe ich ihn. Und hab dich. Das war's. Geschafft. Dummkopf, hol dir den Stein! Das ging schnell. Wir haben alles durch. Er hat das abgekriegen. Jetzt ist er besiegt und gültig. Das war's, wir haben's geschafft. Dann können wir ja gleich danach mit Kamer des Schränks anfangen. Wir haben Harry Potter komplett durch jetzt. Komplettes Fuckerfilm. Warte. Ja, ein HAL. Warte, wir haben's geschafft! Ich hab mich kurz einen Schluck von meiner Pulle trinken, dann haben wir's. So! Dann kann man gleich mit... äh, kann man Schränkens loslegen. Aber ich werde mich nicht darauf richten Mit den Dingern Wie heißt es von Also wir haben alles durch Das war es Jetzt gehen wir noch zu unserer So, damit haben wir auch Harry Potter und der Stein der Weißen Als Playstation 2 Spiel komplett Ich sammle nichts mehr Wir lassen das hier einfach Nun, wie ich es verstehe Sieht es wie folgt aus An vierter Stelle Hufflepuff An dritter Ravenclaw An zweiter Slytherin Und erster ist Gryffindor Ich habe noch ein paar Punkte zu vergeben Schauen wir mal Ja? Zuerst an Mr. Ronald Weasley Für die beste Schachpartie, die in Hogwarts seit vielen Jahren gespielt wurde Verleihe ich Gryffindor Zehn Punkte Zweitens Miss Hermine Granger Für den Einsatz kühler Logik im Angesicht des Feuers Verleihe ich Gryffindor Zehn Punkte Drittens Mr. Harry Potter Für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut Verleihe ich Gryffindor Verleihe ich Gryffindor Zehn Punkte 30 Punkte Der Hauspokal wird gleich verliehen Wir sollten uns auf den Weg zur großen Halle machen Machen wir Hermine hat recht, Harry Wir sollten das nicht verpassen Wir haben gute Chancen, Slytherin zu schlagen Das ist gut, dann können wir gleich danach auch mit Kammer des Schränkens gleich beginnen Aber ohne Witz Los Harry, gehen wir Geh mal Hoffentlich haben wir mehr Punkte als Slytherin Ich freue mich schon auf Malfoys Gesicht, wenn wir gewinnen Aber ohne Witze, das war wirklich Ja, ich weiß, ich gehe zu dem Hauspokal-Feier-Große-Halle Aber ernsthaft, nee, das war aber wirklich super genial Das war jetzt aber wirklich super genial gerade eben damit Nee, ich mache jetzt dieser Trick Damit an der Solle stehen zu bleiben Dann konnte ich den auch Wenn ich das dann hatte, müsste ich den dann das mal gemacht haben Und nach vorne anzuvisieren Und dann nur einfach kurz mit dem Pendo anfeuern Und das jedes Mal Das hat geklappt Das hat super gut geklappt Aber besser als aus dem Oberrennen Das meinte das Ding Aber das hat echt super gut geklappt, finde ich Dann lasst uns runter Wenn wir dann noch was machen wollen Machen wir noch was Aber momentan lassen wir es Weil ich will nämlich jetzt schon Ich habe jetzt wenigstens das auch Wenigstens habe ich jetzt das erste Jetzt habe ich mein erstes Let's Play von der Playstation 2 Version Endlich ganz abgeschlossen Und das war jetzt Harry Potter und der Stein der Weißen Endlich Jetzt habe ich die Playstation 1 Version oben Und auch die 2er Version Super Perfekt Dann werde ich jetzt gleich mit Harry Potter Und die Kammer des Schreckens anfangen Weil wir haben jetzt angefangen zu spielen Aufzunehmen wieder Dann machen wir gleich die Kammer des Schreckens Den zweiten Teil Und dann haben wir den oben Machen wir den dritten Teil Und dann let's go Aber auf Allfeld Es hat echt was gebracht gerade Ich wette wir haben genug Hauspunkte Um den Pokal zu holen Harry Gehen wir rein Ich will Malfoys Gesicht sehen 220 Und Slytherin 131 Wir haben mehr Und los Wir führen Ich habe doch gesagt Ja wir werden es schaffen Mit dem Schlüssel und des Mit Voldemort Hier Die 2 Da habe ich doch 220 106 Die haben mehr als Hufflepuff Slytherin hat Äh Auch nicht viel 131 Äh 131 So Jetzt gibt es Hauspokal So Da haben wir es ja jetzt hier Und so lange wie das ist Hol ich schnell gleich den 2 Die Gesamtsumme der Hauspunkte Wird errechnet Und wieder Ist ein ereignisreiches Jahr In Hogwarts Zu Ende gegangen Zur Belohnung Für die besonderen Verdienste Um die Schule Möchte ich Gryffindor Nun Den Hauspokal Überreichen So 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 Das war's Harry Das war's Jetzt Wir haben den Hauspokal Gewonnen Es ist vorbei Abonniert weiter meinen Kanal Schreibt mir in die Kommentare Gebt Viele Daumen hoch Schaut weiter auf meinen Kanal rein Würde ich mich sehr drüber freuen Und alles Und jetzt Da fangen wir dann auch mit Jetzt haben wir endlich Harry Potter Und Der Stein der Weißen Endlich Komplett Durch Jetzt Fangen wir mit Harry Potter Und die Kammer Des Schreckens An Im zweiten Teil Und Ich lasse jetzt Zulange hier das Durchlaufen Und werde dann Zulange jetzt erst mal Das andere Spiel Bereitlegen dafür Und dann Let go Dann ist das Erste Plastischen Zweispielprojekt Abgeschlossen Von Harry Potter Dann haben wir Das allererste Projekt Abgeschlossen So Mal gucken So Jetzt geht es so Und Kann man das schränken So Kann man das schränken S legen und ørste Eine Das Eine Da Und so, jetzt lassen wir jetzt noch ein bisschen durchlaufen und wenn wir das dann haben, dann werden wir gleich danach sofort. So, hier bin ich wieder, Leute, Freunde der Nacht. Also, schreibt einfach in die Kommentare, wie es euch gefühlt hat, wie euch Harry Potter und der Steiner Weißen gefallen hat. Und dann schreibt einfach mal rein, wie es euch gefallen hat und da würde ich mich sehr freuen über eure Dinge und auch die Kommentare genauso wie über Dinge, würde ich mich auch freuen. So, das soll eine gute Zahl sein dafür. Also, dann würde ich mich dann halt darüber freuen über alles und gebe einfach mal Jürgens mit rein und so. Aber was, Mann und Witz. Das ist ja noch dann die kleine Stadt der Welt, was, Mann und Witz. Aber auf alle Fälle schreibt wirklich rein und dann werden wir dann sehen und dann würde ich mich sehr drüber freuen. Und da werden wir aber hier dann die ganzen schwarzen Brettaufgaben auf alle Fälle erledigen. Im Zweiten. Weil beim Ersten war das netzer und wenn ich dann noch was nachholen muss, so wie die schwarzen Brettaufgaben, wenn wir dann noch was machen, wenn wir dann noch mal alle Bilderkarten holen, dann mache ich das als Extra-Part. Aber sonst ist auf alle Fälle das ganze Ding, ist das ganze Harry Potter komplett abgeschlossen. Die Steine der Weißen. Und jetzt kommt als nächstes Kammer des Schreckens. Also dann. Bis gleich, Freunde der Nacht. Und dann, ja. Endlich haben wir den Steine der Weißen auch komplett durch. Das heißt, wir haben jetzt Steine der Weißen, Plastischen 1 und 2 komplett auf meinem Kanal zu sehen. Und das finde ich super gut. Und deswegen werde ich jetzt hier beenden und wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten.